schon vorher gestartet so moin leute und willkommen zum nächsten let's play wir machen wieder a bis z und ich bin bei ari angelangt und panda hat was neues ja ich spiele a bis z im jungle wie ihr euch gewünscht habt also im 1 ersetzt mit justin weil gleichzeitig geht ja nüch ne ja geht ja nüch ne warum geht ja nüch ja leider nüch also dabei ist okay dann halt nicht dann redet mir halt dazwischen begrüßt ich euch jetzt wahnsinn ist auch begrüßt so danach kommt akali dann alles da das wird schon noch ganz schön witzig was lauerst du hast aber ich weiß ich denke mal dass eine ausnahme die öfters passieren würde hier dass wir zusammen direkt und sagen wir da war doppel let's play aufnehmen weil der panda will einfach nicht mehr mit mir spielen so ein bisschen zu gut ja glaube ich auch die zeit alle a bis z machen also ich macht z bis a ich bin besser achso was x bis y also jetzt bist du bei yurik ok ja nach nur y das lachen kam ein bisschen spät ja ich ne weiss ich ne weiss ich ne weiss ich ne weiss nach y kommt sieben oder bohrt der wälder stell dir vor ein stelle dir vor ein champ als sieben da hat man aber ist ja kommen und das leon gespielt ich habe kein blad von artrox so bei gröchschaft so schon nur einmal in dominion gespielt also eingekillt gestorben eingekillt gestorben schaffst du schon das mein leben in welchem er noch doch wir haben wir haben trash ich hab meinen charm wir haben so ein grap typ ich muss alles wieder umstimmeln bruder alles wieder umgestillt wird doch ja passt schon das sind auch ein bruder 1 2 2 und so schief nur mal so ich nehme mir das glatt ne alles klar ok go ach so das war falsch das war vollkommen richtig und so ach schade die ganze zeit in meinem raum gewesen so du wolltest ja glaub ich erwähnen dass er langsam recht hat oder ja ich muss auch nicht mal wieder einstelle alter ich will mitmachen beim sneaky stelle ich will den haben nein ich will den ich nehm den halt's maul wetten die ich krieg den nein lass den mir ja um was wetten wir ja um was wetten wir fass auf gleich oh oh die haben wir gewordet die niggas oh du bist tot oh mein gott ich bin first oh gott oh boy oh ganz schön schlecht was um was haben wir gewettet dass du das denn bekommst um jenna skin jenna skin war das jo jenna skin komm ich jetzt geschenkt ey yo ey leon da wollte ich mal sagen ganz schön schlecht ne fuck it nigga alter oh gott ey da können die schwarzen nix für ja ja lass die schwarzen raus oh mann war der bad ey ich wusste nicht dass die da gewordet haben das hat mir jetzt mal einer gesagt ja der hat gerade gewordet wo der da drin stand setzt mal einfach deine augen aufgemacht jungen ich war gerade am top oh boah wie jenna schon die mana aus hat boah wir müssen jetzt botlen super safe die spiele ja ich bin so super am schwitzen am schwitzen ich bin ich bin ich bin mal überall einfach sogar die kümmer in die kümmer rein junge er will nicht mehr der will komm mal klar es will nicht mehr auf dein kopf auf dein kopf auf dein kopf es war alles auf high gestellt und hier ist es auf low gestellt und ja hier will er nimmer und was will er nimmer er will PC bespielen ja geil dann gehe ich als top laner gegen poppy und rap ging er gecrushed ja bitte die aufnahmen anrechnen ich wurde wirklich ja ich bin ok und das war meine arbeit ich habe alles gemacht ich weiß nicht wieso aber ich kann das irgendwie nicht glauben das geht es geht es geht wieder von mir erhältlich ist da kann ich wieder abhauen oh dieser mann dieser dieser flash magst du mitzukommen richtig branche sieben da da guck jetzt den outplay so warte 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 erst mal chillen warte warte pass auf jetzt go 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 das oh ich hab da extra ignited oh boi hier devil ah ok ich bin 2 des 4 die holen wir go go ich kann nicht helfen nice lol oh boi oh boi war die bad war es die die junge als sie in diesem carry junge also ich meine ich ja also ich junge da habe ich das was da direkt wieder für die gute macht das mal pushen wieso trippi hat er zwei kills machte die ganzen blitz haben die johlen hätten und dann kam damit wieder und dann war die witte und da verpiss dich ja push doch bitte wenn die weg ist ja frühstatt lehnungen kommst du handeln w easy peasy easy ich hab angst ich hab angst ich hab Help ich hab die Laternen hingelegt so Oh ne weiß hier oh ne weiß hier dank dank nur die counter gang ist nicht das ist ne sch*** und um ein gott um ein gott um ein netz ne ich wollte schon sagen ich wäre so ausgerastet wie dumm ist die wie schlecht alter der wirbel sieht so geil aus sie hat wenn sie last hittet dann kommt da so eine regenwolke die ganze Zeit dann pushen nein ich bin eben nicht ich bin Joik und die pusht die ganze Zeit lol lol ich hatte gerade den super lag so richtig so lag lag so richtig ja so schwabbel, schwabbel good job nice push das shit er ja ich hab kein mana mehr freeze that lane oh guck das an mich ist das freeze hier warm mit smite geflüßt ich bin hier weg tag tschüss 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 mhm ja ja tower hörst du auch mhm mhm ja hörst du den echten hasen sehen ah wei fester bitte fester ja mach's mir her doch baby ah schlag mich loll ok der war jetzt nicht so voll schlag mich, beiß mich, aah schlag mich, beiß mich, aah haah rampas just rampage sс alter, dieser blitzgägrig, super gut l der kommt auf die länder und stirbt, und nicht mehr also ich find diesen nyork sehr gut er kann zwar nicht fahren und hat den garten dc er ist gut ja du erkennst es trotzdem in ihm ich kenne doch alles alles hier so weiß so komisch weiß er hat das auch weiß nicht ich brauch mein bloß kommt jetzt lass mal ihren blumachen keine sorge ich muss aber immer die weiber hier kommst du ich habe kein man da blitz blitz nicht mit mir jetzt war es aber daneben gegräbt da war schön den blue alter alter hier war es i can't see it also warte 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 bleibt ganz ruhig die sind blöde tötet sie tötet sie tötet sie wetten die ich nehm den kill oder war er hat meinen blue geklaut ok das jenna da oh fuck oh fuck this shit oh fuck oh shit oh fuck oh shit oh fuck oh shit junge 11 1 wer ist mal wieder gestorben ja der barbo der gute barbo der king burger king schon der king so einfach mal nehmen ja die ist immer so verlocken da will ich immer draufklicken klicken klicken wenn die mich durchschnittlich auf die papi so was war normal und so wird so mit der jahrweiz gimme bluba fährt die laterne ne wächst nicht halts maul ich kann nicht jumpen gg oh boi er ist weg er ist weg er ist aufgrund hast du dir geklaut hab sie hab sie hab sie nein hat er nicht devil ich weiß noch wo du mit ne wer war das du warst das mit der q von shogart ne ich wollte dir helfen natürlich denn wenn er fast tode ist einfach meine q drauf das war ein ks ks nur ach ich soll kommen ok ja nö warum 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 wenn er auch tot sein kann echt du kannst wenigstens schneller shoppen weisse ja war geplant deswegen sterben die mädchen auch immer schneller weil die mal shoppen wollen ich weiß wieso das so anders aussieht den farbenblinden modus nicht an hm willst du bot tower diven ich hab ein bisschen bock lass mal bot tower diven ich hab voll bock ach ist ward ne nein ist ward ne auch hier drinnen und das ist gut amt ein noch schon guck mal da da nein die nehme ich nicht die will ich oder doch hohoho so schön ja ne jana kommt ne jana ist da weiß wer noch da ist ne papa da keine anschau pass los also äh ich spiel jetzt hier auch artox in der mitte pass los ey das hab ich schon gestern getan nachmacher echt ey oh mein gott ich wurde gegangt gegangt trocken devil devil ist in camp hm camp gg da kannst du mir jetzt die bleibt in die kibu stehen mach das ding down ja leute leute lasst mich sterben geht doch auf den tower alter oh gott oh boi boi die hätte das auf mich machen können ich wäre tot gewesen ich hab vorher nicht gecheckt dass ich in der fa... oh die hätte keine video doch die hatten wohl schon auf mich boah dieser hook junge die langste sieben junge was ist los ich hab red buff ich hab red buff oh irgendwie lol hier ist hab ihn hehehe alter oh ich hab überlebt gg halt dein maul weil du mitte campst jetzt hier und mein ganzes mein farm nimmst hier ist so unfair du bleibst hier bitte ich schwirr ist einfach nur unfair dass du jetzt einfach mein farm nimmst ja nein den holst du ja nicht ja ich muss kills holen ne du auch oh boi der wird quasi nicht zu fahren so unnötig dass er die jetzt genommen hat ich weiß nicht was sie groß ist warte ey die kommt die kommt hier so richtig lang so so groß ja die könnte killen wieso so schier die denkt so ey ich mach das mal aber nein nicht mit mir heute ja die wollte ich doch nicht mit mir ja du kannst nicht beides haben weder farm oder kills ja beides ist nicht einmal auto attack du red buff drauf ich komme Papa Moop Papa Moop 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 Böckst aber die L wo die Hallo Report 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 soll ich den lieben Flaschuk ja mach st uuuuuu da war echt mies der war echt mies der war mies gut ja mies der hat nicht gerochen sowas uuuuuh uuuuh ooooooh tschüss tschüss wo wir ja alle sind so das finde ich nicht gut boah ich will die Janna abfangen komm schon denkst du gerne leute ab ja auch vor dissen ja okay ist es tut oh boi oh boi der panda 1 1 3 was bist du ein jungler hilfe kriegst du aber nicht will ich aber trotzdem komm mal her schnell das ist alles geil denkst du kommst doch schon klar hauptsache der hängt nur in der mitte der tipp und nicht mein farm ich komme so mitten wenn ich du bei sonst ich komme ich auch die ich auch die richtig bauen die dieser monster alter alter achtung achtung aber scheiße war das knapp junge junge das war einfach ein scheißgeiler der macht keine match du hast ja du hast auch kaum items jungen wie viel geld hast du bei 1000 ja also geh mal weg i don't need no i don't need no und verpisst doch jetzt mal alle aus der mitte jungen die fahren so voll im motorrad an diese schuhe ich fahr mit 1 ganz zwecklösten farm das jungler so musst du kurz muten kate der hat glaube ich ich habe schon zweimal das gibt es willst du mal ein anzerno ich es es S.R.E.S. Oha! Ich lege voll! Oha! Halt's Maul! Ok, Entschuldigung. Ich wollte nur... Securen, weißt du? Ich wollte dir nur helfen, ja? Gehen dürfen, ich lege Klaterne. Ich weiß. Voll geklaut, Mann. Hey! Hab ihn, hab ihn, hab ihn! Ich hab immer noch. Noll! Yes! Killingsteal! Ich hab die Weh gemacht, ich hab nur die Weh gemacht. Alter, ich hab's ignited, das wär mein Kill. Die Weh Stufe 1. Alter, der hat echt die Gnite dabei, lol. Das ist normal, aber sag's keinen. Ja, ich kann man das. Alter, what the fuck, du hast gar keine Ahnung von welchem Problem. Nur die, nur die Gold 5er denken, sagst du? Yes! Wiff it! Gold 5 bin ich nicht, aber egal. Bist du schon 4? Nein. Ach ne, 3. Du bist ja überstiegen, ja. Überstiegen? Ja. Ja. Du bist ja überstiegen, ja. Übergestiegen. Du Arschloch! Du Arschloch! Du machst keine guten Sachen bei dir, alles schon so. Oh, die Sock. Du hast doch Schmeid? Schmeid! Da lass' da Mitte Action machen. Oder unten Action machen. Oder unten Action machen. Oh nein! Meine Maus! Fuck! Meine Maus, Alter, das wird voll gespackt. Nur Noobs haben ne Maus. Alter, for real! For real! For real! Das ist voll ein langweiliges Spiel aus meiner Sicht. Nur auf Farben, die ganze Zeit. Ja, bei mir gibt's wenigstens Kills, ne? Ja, die ganze Zeit zuerst, die du wirst dann anfangen. Wieso gehst du da ran? Ich wollte mich hinflaschen und alles machen. Aber was ist mit der Maus jetzt? Erstmal draufgehauen, so. Ja, normal. Alter, mach mal die Wards da weg, ganz ehrlich. Varus geht einfach weg. Anstatt den und den Wards zu clear, nein, nein. Hä? Wieso auch, ey? Hallo, die gehen mir hin. Ja, Jenna, mach doch dein Tornado. Trau dich doch. Also, so zockt man genau keinen Artrocks im Jungle. So wie Panda. Oh! Oh boy! Oh, das war aber ganz schön knappe. Ja, voll geplant. LOL! Ja, komm da rein! Oh, Panda! Panda, renn! Wenn der zockt wird, dann bist du Bronze-Player. Go! Go, go, geh rein! Überklein' dich, Alter! Habe ich jetzt hier in Gehlchen überlebt? Boah! Boah! Scheiße! Hab ich einen Kill bekommen? Hab ich wenigstens einen? Hallo! 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 Wir haben 1,5 verloren, die 3! Mann! Ich wollt den! Ja, deswegen hab ich auch geflasht, ich wusste das! Oh ja! Devil! Guck mal meinen Kill und so! 7! Nice! 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 Hattest du schonmal 7-7-7? Und 7-7-7-Farm? Das ist ziemlich verdrückt! Nice! Du bist tot! Seht ihr? Das ist professionelle Map-Version! Komm, fock mich! Fock mich drauf! Jetzt ein Wirtbar! Wo alle Nubes stehen haben wollen! Wo alle Nubes stehen haben wollen! Ich lege da keine Ehe! Ich hab' den! Äh, Devil? Devil? Nein! Ich brauch' den! Was ist äh? Ein Wittkling! Oh oh! Oh boy! Das ist Wittkling! Ich hab' ja auch den Wirtbarf genommen! Hilfe! Mama! Hilfe! Fried some help! Fandau auch, glaube ich! Der lag gerne! Fandau macht Hinter! Ah! Nein! Hättest du den genommen und hättest du dann überlebt, ey! Ich schwöre, du hättest mir jetzt Klingel nicht gegeben! Boah, das nehm' ich jetzt übel, ey! Boah, Alter! Ich bin hier wie so'n Flummi die ganze Zeit am Fliegen! Ich bin Legendary! Kaka! 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 Junge! Ich so wie so'n Flummi so schieb! Ich bin hier! Oh mein Gott! So! Das war Ary in der Mitte! Nächste ist... Nächste ist Akali, glaube ich! Und das war, äh... Arthrox im Jungle! Bis zum nächsten Mal! Hau da rein! Ciao! Team! Mäste... Mäste...